Lippenaufbau oder ein natürlicher Lippenaufbau, das ist der Wunsch vieler unserer Patientinnen, die zu uns kommen und diesen Wunsch auch verspüren, ohne dass der Freund, die Familie das sichtbar bemerkt, aber die Lippen trotzdem voller und harmonisch zum Gesicht passen sollen. Nun, die Behandlung, die wir hier sehr häufig durchführen, das sind natürlich auch die Patientinnen, vor allem diese Patientin auch, die uns schon längere Zeit über Social Media Kanäle folgt und auch die Behandlung hier gesehen hat und genauso eine Behandlung auch gerne haben möchte, die bisher natürlich nur meine Stimme gekannt hat und jetzt mich persönlich hier sieht, aber ich denke auch sie hat ein sehr natürliches Ergebnis und ist auch zufriedenzustellen.